ja hallo zusammen heute wieder ein kleines video aus der technikreihe der landschaftsmalerei und zwar zum thema mauern malen und zwar zum beispiel also so eine backsteinmauer wie ich sie habe aber es kann auch eine natursteinmauer sein die ist halt nicht so regelmäßig aber das prinzip ist das gleiche und das kann man original in fünf minuten erklären ist eigentlich relativ simpel und zwar nehmt ihr eine grundfarbe so ein mittleren farb von ihr seht ich habe schon ein bisschen rumgesaut nehmt so einen mittleren farbton mal gucken seht ihr was ich hier mische hier und malt einfach vollflächig da wo heute eure mauer sein soll weiter deshalb so hin dunkel geworden so und das ist die grundfarbe der mauern die wir komplett übermalen werden weil die weil im prinzip habe ich jetzt nichts anders gemacht als die fugen hier zu malen ja ich habe jetzt ein bisschen dunkler gemacht als in dem fall weil ich die steine auch etwas dunkler malen werde aber das ist halt der erste schritt also einfach eine grundfarbe anlegen etwas heller oder dunkler wie die fugen von der mauer die man hat sind sonst müssen wir das normalerweise ein bisschen trocknen lassen ich lasse es ganz klein wenig trocknen und dann nehmt ihr euch ein pinseln flachpinsel her ein der möglichst noch fit ist ich habe lauter kaputte ich glaube der geht nur so einigermaßen macht den feucht formt den also wenn er jetzt eine backsteinmauer machen wollt muss ich dazu sagen formt den und dann mischt ihr euch halt die entsprechende farbe an so ein orange mache ich mir jetzt und hält es ordentlich auf gibt ein bisschen blau dabei weil es ein bisschen krass ist blau kann ich das orange abdämpfen das ist auf der auf dem farbenkreis liegt es genau gegenüber vom orange und gegenüberliegende farben dämpfen sich in ihrer intensität ab so und dann nehme ich den einfach war mir den pinsel das geht ja schon aus anderen videos gucken einigermaßen sehen kann dass er einigermaßen flach ist er muss diesmal nicht ganz scharf sein und dann geht er hin und mal die steine einfach so als striche sehe ich dass der untergrund zu dunkel ist dann mache ich mir jetzt die farbe hier auch ein bisschen dunkler bis knalliger mehr so ins ziegelrot hinein das ist der trick da habe ich jetzt die fuge ein bisschen verloren hier zwischen den zwei steinen so dann könnt ihr den pinsel drehen und von der anderen seite damit auch von der anderen seite die kante habt so nachdem nach der methode gehen wir jetzt vor ich mache es jetzt einfach ein bisschen dunkler ja also die farben komplett mischen weil ich möchte heute wirklich alle nuancen haben kann jetzt hier zum beispiel noch mal drüber gehen von der anderen seite pinsel aufsetzen führen habe ich zwei gerade könnten ich nehme immer wieder neue farben damit es ein mittel spannender aussieht und jetzt halt mit versatz dass man so eine kreuzfuge kriegt also hier aufsetzen bis zur mitte dieses steins von der anderen seite aufsetzen wieder zurück wenn hier zum beispiel das nicht so exakt ist es macht nichts ich die die steine sind ja auch nicht ganz exakt machen wir jetzt einen ganz kleinen stein hier hin und man ahnt schon was da passiert sondern nimmt man sich einen linier pinsel oder spitz pinsel macht weiter und zwar wenn man genau hinschaut bei so einer mauer dann ist natürlich klar dass unterhalb von den steinen immer schatten sind und zwar wenn die sonne zumal von der seite käme dann werden die schatten hier unten und auf der seite und genau das mache ich jetzt auch ich übertreibe jetzt mal ein bisschen damit einfach mal knalliges schwarz genommen hält es jetzt aber hier mit der farbe ganz klein wenig auf und dann gehe ich halt hin mal hier unten und hier in schatten hin nehmen wir gleich wie dreidimensional es dann wird so auch hier auch also ich bitte um entschuldigung wenn es nicht perfekt ist es liegt daran dass ich jetzt von der seite von der seite male im stehen und hier geht es mir auch nicht darum dass ich jetzt hier ein perfektes bild macht sondern dass ihr das prinzip versteht und da reicht es natürlich wenn ich wenn es in dieser qualität so und schon ist fast die mauer fertig das sieht jetzt noch ein bisschen aus als wenn sie schweben würde das hängt damit zusammen dass ich hier die die struktur hat nicht zu ende gemacht habe hier fehlen einfach ein paar steine dann muss muss klar sein wo der oberrand ist von von dem von dem von dem mauerwerk nicht das jetzt hier zum beispiel hier also hier wäre der oberrand vom mauerwerk dann wirkt es auch nicht mehr so extrem unrealistisch weil ich da eben auch noch schnell die schatten hier unten hängen und fertig wäre der erste teil der mauer und damit es jetzt insgesamt die fugen nicht so einheitlich sind gehen kann man auch noch mal mit dem spitzpinsel hingehen und die fugen noch ein bisschen nacharbeiten das zeige ich euch gleich wenn es ein bisschen getrocknet ist ja also die fugen noch nacharbeiten was man natürlich auch noch machen kann wenn es eine backsteinmauer ist dann hat die sogenannte ausblühungen das ist hier zu sehen das ist der zement der an der oberfläche so helle salze bildet das kann ich dann halt auch mit dem pinsel mit dem gleichen pinsel dann und machen den ihnen hat praktisch ohne druck seitlich so geführt aufsätze und dann hier so ein paar weiße stellen ergänze vielleicht einmal von der anderen seite damit das nicht alles so einheitlich aussieht so und schon kriegt das immer mehr realistische züge so jetzt bin ich gerade am überlegen wie ich die oberkante von der mauer noch macht das schön schöner aussieht jetzt einen schönen abschluss haben so ist besser gut jetzt nehmen wir uns nur die die fugen vor da kann ich natürlich jetzt auch hingehen und am gleichen prinzip sagen wenn die sonne von der seite kommt dann sind die oberseiten natürlich ein bisschen heller man kann hier die fugen ein bisschen aufhellen sondern sieht dass man sehr sehr einfach wirklich mit einfach mitteln hier so eine mauer hinkriegt wobei ich jetzt wirklich sagen muss es wäre vielleicht besser gewesen wenn ich den wenn ich vorher die den untergrund ein bisschen heller gemacht hätte genau dann kann ich halt hier noch ganz zum schluss hingehen wirklich so einige highlights vielleicht nur setzen so das sind halt stellen man am mauerwerk die wird besonders hell sind von der sonne besonders getroffen werden nach dem gleichen prinzip können natürlich hingehen kann er besonders dunkle stellen machen wenn er hier eine erhebung ist dann ist darunter natürlich ein schatten hier ist eine erhebung ist darunter ein schatten aber da wo es hell ist muss darunter dunkel sein das ist die logik so schnell kann man dann immer mal also ich wünsche ich viel spaß beim nachmachen ach so eine sache ihr könnt natürlich die steinform völlig unregelmäßig auch machen da muss man immer überlegen wie läuft der schatten also wenn die sonne von der seite kommt wie läuft denn dann ganz exakt der schatten gut dann wünsche ich euch viel spaß beim nachmachen und ja bis zum nächsten video tschüss ich so ich so ich so 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 ich